Du spielst deine Hayley falsch. Gewagte Aussage, oder? Nicht ganz, denn ich habe da was ausprobiert und für euch getestet, natürlich auch mit Beweisen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass einige von euch die Hayley ein klein wenig falsch spielen. Alles weitere, würde ich sagen, wirst du in diesem Video erfahren. Somit herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier einmal bei meiner Hayley. Bevor wir starten, möchte ich euch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir einen Community-Discord-Server haben. Also sollst du mal Spieler suchen oder dich ein bisschen austauschen wollen, dann join doch mal direkt unseren Discord-Server. Jetzt legen wir mal direkt los. Und zwar, viele Hayley-Builds sagen, ihr müsst unbedingt die Sniper mit diesen Aufsätzen spielen. Als Beispiel, ja? Und das stimmt nicht. Ich zeige euch jetzt, wie ich den Pyro ohne Aufsätze, egal mit welcher Waffe, innerhalb von 5 Sekunden, vielleicht nochmal 4 Sekunden platt mache. Und hier ein kleines Beweis-Video. So, ich habe mal was vorbereitet. Zack, hier ist eine kleine Aufnahme. Ich lasse das mal im Tier so abspielen. Eine Sekunde, ich muss mich mal kurz hier... So, und ich spiele das einmal ganz kurz ab. Hier sehen wir, dass ich jetzt hier die typische Sniper habe. Was halt sehr viele sagen, du musst diese Sniper spielen. What's up? So, wir haben hier die Sniper. Ich habe hier keine Aufsätze drauf. Ja, und dann starten wir jetzt einfach mal den Kampf gegen den Pyro. Ich mache jetzt mal nichts. Ich lasse einfach mal laufen. Nicht, dass es heißt, ich habe hier irgendeinen Schnitt gemacht, dass ich hier irgendwie versuche, Clickbait zu betreiben oder so. Nee, 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 Freundchen. Nicht mit mir. Ja? Ja, und wir lassen das Ganze jetzt einmal kurz laufen. Tut mir leid, dass es jetzt hier gerade ein klein wenig dauert, zwecks Ladebildschirm. Aber wir sind jetzt hier am Start beim Pyro. Und ihr werdet jetzt gleich selber sehen, dass wir zum Beispiel mit dieser Sniper ohne irgendwelchen Aufsätzen den Pyro ganz schnell in die Knie zwingen. Ganz klar, wir müssen logischerweise unsere Fertigkeit hier aktivieren, damit wir natürlich hier viel mehr Damage raushauen. So, auf die Schwachstelle einmal zielen. Wir machen einmal einen Schuss, noch einen Schuss, noch einen Schuss und noch einen Schuss. Vier Schüsse, ihr habt es gerade selber gesehen. Das Ganze ohne Waffenmodule. Zack, siehste, ich bin hier komplett clean. Und ja, dann schauen wir mal, in wie vielen Sekunden wir den Pyro jetzt hier einmal fertig gemacht haben. Ohne Aufsätze in fünf Sekunden. Und das mit 25 Millionen Schaden. Klar, wir könnten jetzt schadenmäßig hier noch mehr rausholen. Hätten wir zum Beispiel einen Sniper-Schuss daneben geschossen oder so, hätten wir die andere Fähigkeit gemacht. Und diese Fähigkeit macht meistens zwischen 18 und 20 Millionen. Ja, und dementsprechend steigt auch der Gesamtschaden hier. So, das war jetzt mit der Sniper. Wir gucken mal, was habe ich hier noch. Genau, wir gehen jetzt einmal hier Richtung Hellsicht. Als Beispiel, als nächstes Beispiel. So, hier habe ich jetzt einmal die Hellsicht für euch. Ich habe keine andere Waffe. Ich habe nur die Hellsicht. Ist ja alles schön und gut. So, und was haben wir auf der Hellsicht? Oha, keine Waffenmodule. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal wieder an. Wichtig ist halt natürlich, ihr seht jetzt auch hier gerade, dass ich einen passenden Reaktor logischerweise habe. Es ist wichtig bei Hayley, dass ihr eigentlich nur einen passenden Reaktor habt. Spielt ihr mit einer Pistole, braucht ihr einen Pistolenreaktor. Spielt ihr jetzt mit einer Hellsicht, solltet ihr einen Hellsichtreaktor haben. Logischerweise, ne? Also, waffenmäßig ist das komplett Schnuppe, was ihr macht. Unten in den Affixen seht ihr jetzt gerade Fertigkeitenkosten, totaler Käse. Aber Steigerung der Singularfertigkeitsstärke. So, ich lasse das mal wieder laufen. Nicht, dass es heißt, oh, spiky. Da haben wir einen kleinen Schnitt gemacht. Du hast uns hier übers Ohr gezogen. Nein, nicht mit mir. So, Pyro ist wieder am Start. Wir drücken wieder Privat-Einstieg. Ich lasse das Ganze laufen, ohne irgendwelche Cuts oder so. Und ja, Playstation 5 lädt gerade ein klein wenig wieder länger. Aber, na gut, dann lassen wir es mal kurz laufen. Einmal, by the way, ich bin offizieller Creator von The First Descendant. Solltest du noch keinen Creator-Code genutzt haben, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen benutzen würdest. Den aktuellen Link findest du unten in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren angepinnt. Angepinnt. Und jetzt seht ihr hier wieder, die Fertigkeit ist hier einmal aktiviert. Der Pyro kommt. Gucken wir einmal ins Löchlein. Okay, nichts drin. Und der Pyro ist am Start. Wir ziehen jetzt einmal wieder an die Schwachstelle. Machen einmal, zweimal, dreimal, viermal. Diesmal hat es nicht geklappt. Und jetzt zeige ich euch einmal die Spezialfähigkeit. Bams, 18 Mille. Das ist der erste Versuch. Wartet. Gleich kommt der nächste Versuch, wo ich euch dann gleich explizit nochmal was zeigen werde. So, ihr seht hier gerade wieder die Hellsicht. Keine Aufsätze drauf. Wie lange haben wir jetzt diesmal gebraucht und wie viel Schaden haben wir jetzt bei Ihnen gemacht? So, neun Sekunden. Ja, es ist viel, aber wartet. So, jetzt haben wir 33 Mille gemacht, weil wir die eine Fähigkeit dazu genommen haben. Ja, jetzt machen wir aber nochmal den Pyro mit den gleichen Sachen. So, ich spule mal ganz kurz vor. So. Dann lassen wir das mal wieder ein bisschen laufen. Obwohl, wir spulen vor. So, vorgespult. Wir starten wieder mal mit der Hellsicht. Und diesmal habe ich ein klein wenig Zielwasser getrunken. Okay, Kaffee auch genannt. Und diesmal hat es auf jeden Fall besser geklappt. Und ihr werdet gleich sehen, wie schnell der Pyro hier auch gleich down geht. Mit keinen Aufsätzen drauf und mit einer ganz anderen Waffe, wie die meisten Streamer da draußen sagen. Und wir schießen einmal, zweimal, dreimal, viermal. Auf Wiedersehen. Pyro liegt mit der Hellsicht ohne irgendwelchen Waffenmodulen drauf. Und ja, dann schauen wir mal, wie lange haben wir diesmal gebraucht. Wie viel Schaden haben wir gemacht. Wir haben vier Sekunden gebraucht. 28 Mille Schaden gemacht. Happy Birthday. Kann sich sehen lassen. Und daher ist das total schnuppe, was für eine Waffe ihr mit Hayley benutzt. Wichtig ist tatsächlich nur, dass die Komponenten passen. Okay. Hayleys Module natürlich, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und natürlich der Reaktor. Der Reaktor ist one and only. Und da gehen wir jetzt einmal explizit einmal drauf ein. Und ich zeige euch, wie ich sie hier so geskillt habe. Wir fangen, wie ich gesagt habe, beim Reaktor an. Egal welchen Reaktor, egal welche Waffe. Wie ich gerade schon erwähnt habe, der Reaktor muss zu eurer Waffe passen, damit ihr logischerweise diese 160% Fähigkeitsstärke dazu bekommt. Ich habe in beiden Reaktoren, einmal hier habe ich Fertigkeiten-Kritz-Schaden. Das war jetzt zum Beispiel mit der Sniper, ja. Und Steigerung der Singular-Fertigkeitsstärke. Und bei der Hellsicht habe ich Steigerung der Singular-Fertigkeitsstärke in Gelb. Und das war's. Und da solltet ihr mal drauf achten, dass ihr eins vom Bein mit drauf habt. Klar, wenn ihr jetzt zusätzlich Koloss-Schaden habt, dann macht ihr natürlich noch mehr Schaden. Und dann geht er vielleicht zwei Sekunden oder eine Sekunde schneller down. Komponenten. Ganz klar, Metzler habe ich mit drin. Brauchen wir gar nicht drüber reden, weil Metzler macht halt eindeutig mehr Fertigkeitsstärke. Okay, dann gehen wir auch mal direkt Richtung Nachfahren-Module. Was habe ich drin? So sieht das Ganze jetzt einmal ganz kurz aus. So, Fernmanöver, Singulär-Fokus habe ich mit drin. Wegen nochmal zusätzlich Modifikatorstärke. 68,2 ist schon heiß. Dann einmal hier gefälliger Hinterhalt. Wenn wir nicht anvisiert werden, machen wir hier natürlich noch mehr Fertigkeitenstärke. Dann einmal Kälte-Spezialist, denn wir sind halt Kälte und hier machen wir nochmal mehr Schaden. Hier Kälte-Synthetium. Hier ebenfalls nochmal Kälte-Fertigkeitsstärke dazu. Notfallmaßnahmen wegen Crit-Rate und Crit-Schaden. Dann einmal Sperr und Schild. Wieder mal wegen extra Fertigkeitsstärke. Dann einmal Fertigkeiten-Erkenntnis wegen Crit-Rate. Dann einmal genügsame Denkweise wegen Fertigkeiten-Kosten und Fertigkeiten-Reichweite. Reichweite, ich habe das deswegen so drin, weil ich verschätze mich jedes Mal mit der eigentlichen Reichweite für diesen Skill bei der Sturmfalle. Mal bin ich zu weit weg und dann prockt er nicht und dann stehe ich da und muss wieder neu starten. Daher habe ich das mit reingenommen, weil mit der Entfernung habe ich es nicht so wirklich. Einmal Fertigkeiten-Konzentration wegen erhöhten Crit-Schaden. Und natürlich Frontlinien wieder Crit-Schaden und Crit-Rate. Und das war's. Mehr habe ich mit ihr nicht drin. Und ihr habt ja selber gesehen, der Pyro, der fällt innerhalb von 4 Sekunden, egal welche Waffe ihr habt. Und das war's. Und ich hoffe natürlich sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann supporte diesen Kanal doch komplett kostenlos, indem du auf den Abonnier-Button klickst und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr von mir verpasst. Ja, und das war's auch schon. Nicht vergessen, unseren Community-Discord-Server zu joinen oder natürlich auf Twitch. Wäre natürlich auch richtig cool. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. FreigastTV ist raus. Tschüss, tschau tschau. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR